wieder ein für die Lesungen aufzustehen. Hört auf Gottes Wort, Matthäus 5. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wie das Salz nicht gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Schäfel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit die Lesung aus Gottes Wort. Dann bekennen wir mit dem Heidelberger Katechismus weiterhin unseren Glauben. Das ist leider, finde ich, ein Fehler in diesem Text. Der erste Satz vom Antwort gehört nicht dazu. Also den werden wir dann auch nicht sagen. Frage 86. Und ich lade euch dann ein, die Antwort mit mir zu sprechen, aber erst also ab dem zweiten Satz, ab, weil Christus. Da wir nun aus unserem Elend, ganz ohne unser Verdienst, aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen und er durch uns gepriesen wird. Danach auch, dass wir bei uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden und mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Frage 87. Können denn auch die selig werden, die sich von ihrem undankbaren, unbußfertigen Leben nicht zu Gott bekehren? Keineswegs, denn die Schrift sagt, kein Unzüchtiger, Kürzendiener, Ehebrecher, Dieb, Keiziger, Trunkenbrot, Lästerer, Räuber und dergleichen wird das Reich Gottes erben. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir sollen keine guten Werke tun. Hä? Was sagst du jetzt? Ich sagte, wir sollen keine guten Werke tun. Oh. Aber wir haben doch gerade gelesen, dass gefragt wird, warum sollen wir noch gute Werke tun? Ja, das stimmt. Das steht da. Das ist die Frage. Und die Frage ist an sich auch sinnvoll. Die ganze Frage ist sehr schön. Der fasst eigentlich zusammen, was alles im Katechismus davor schon erklärt wurde. Es fängt hier ein neuer Teil an, der Teil der Dankbarkeit. In dieser Frage wird das alles zusammengefasst. Da wir nun aus unserem Elend, ganz ohne unser Verdienst, aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Und in dieser Frage hören wir die drei Kapitel aus dem Katechismus Elend, Erlösung, Dankbarkeit. Das ist es, was wir wissen müssen, um glücklich in diesem Trost zu leben und zu sterben, was wir vorher bekannt haben. Dieser einzige Trost, dass wir das Eigentum Christi sind. Und diese Dankbarkeit, dieser dritte Teil, ist ein Teil davon. Man kann das nicht von der Elend und der Erlösung trennen. Und es ist auch im Katechismus schon erwähnt, dass man, wenn man wahren Glauben hat, nicht anders kann, als auch Früchte der Dankbarkeit hervorbringen. Das war in Frage 64. Blättern wir kurz zurück im Heidelberger Katechismus, Frage 64. Da wurde die Lehre von sola gratia, sola fide erklärt, nur durch Glaube, nur durch Gnade. Und da war die Frage, Frage 64, macht aber diese Lehre die Menschen nicht gleichfertig und gewissenlos? Nein, denn es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Also, dann sollten wir doch dankbar sein. Dann sollten wir doch gute Werke tun, oder? Nein, noch einmal, wir sollen nicht dankbar sein. Wir sollen keine guten Werke tun. Es ist vielmehr so, wenn du versuchst, die selbst zu tun, dann wirst du zugrunde kähen. Wenn du selbst versuchst, gute Werke zu tun, gehst du kaputt. Es gibt viele Leute, die das erfahren haben. Irgendwie wurden sie zum Beispiel überzeugt, dass sie in Sünden lebten und dass das nicht gut war. Sie haben sich vorgenommen, ihr Leben zu ändern. Sie wollen nicht mehr sündigen und zum Beispiel ein braves christliches Leben führen. Aber wenn du das versuchst, dann ist das eine Sackkasse. Wenn du versuchst, dich selbst zu verändern, und das ist eigentlich ähnlich, wie Dennis von der Wahl vorher auch schon sagte, dann wirst du entweder ein stolzer Pharisäer werden oder ein Verzweifelter, der es irgendwann aufgibt und dann doch weiter ohne Gott lebt. Es sei denn, Gott zeigt dir wirklich, was Christus getan hat und was er jetzt auch machen will. Wer das auch so erfahren hat, war John Bunyan. John Bunyan, bekannt von der Pilkerreise. Als Kind schon hatte er Erfahrungen, sozusagen Eindrücke von der Ewigkeit. Er dachte über die Qualen der Hölle nach, die ihn sehr betrübt machten. Aber es hat sein Leben noch nicht geendet. Dann hat er als junger Soldat erlebt, dass er einmal einen Dienst getauscht hatte und dass der Soldat, mit dem er den Dienst getauscht hatte, von einer Kugel getroffen wurde und starb. Es wurde ihm klar, diese Kugel hätte ihn treffen können. Aber trotzdem lebte er gottlos weiter. Er fluchte, er entheiligte den Tag des Herrn und dann wurde einmal sehr eindringlich über die Sonntagsheiligung gepredigt und er wollte es besser machen. auch hörte eine ungläubige Nachbarin ihn fluchen und er mahnte ihn deswegen und er hörte zu fluchen auf. Er wurde immer frommer, immer gläubiger, immer angenehmer vor Gott, dachte er. Aber entschießen wurde er von Angstgefühlen aufgefressen. Und als er dann anfing eine Gemeinde zu besuchen, wo Christus gepredigt wurde, dann lernte er, dass er überhaupt keinen wahren Glauben hatte und er musste alle seine Gerechtigkeit tauschen für die Gerechtigkeit Christi. Trotzdem hat er noch jahrelang gekämpft. jahrelang wurde er von Schuldgefühlen über seine Sünde niedergedruckt. Aber letztendlich fand er Ruhe und Frieden, weil er schauen durfte auf das rechtfertigende Blut Christi. Er hat entdeckt, dass es sich alles um Christus dreht. Und das ist auch wichtig für uns, wenn es um unser Leben geht, wenn es um die guten Werke geht. Und das wird deutlich, wenn man sich die Antwort des Katechismus anzieht. Und ich habe schon öfters gesagt, ich bin nicht immer ganz zufrieden mit dieser Version im evangelischen Gesangbuch, weil es wurden da einige Änderungen vorgenommen, die nicht original sind. Und so ist dieser erste Satz in der Antwort nicht in der Originalfassung. Die Frage wird gestellt, warum sollen wir gute Werke tun? Aber die Antwort fängt im Original an mit Christus. Nicht wir sollen gute Werke tun, aber Christus, Christus selbst verändert uns. Weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat. Und das ist wunderbar, das zu kennen, dies zu wissen, die Befreiung, dass man nicht mehr sich selbst gehört, sondern von Christus erkauft wurde. Wunderbar ist das, wie befreiend, aber da hört es nicht auf. Es ist nicht, dass du es dann wieder selbst machen musst. Dann geht es weiter. Dann macht Christus uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert er uns zu seinem Eben Bild. Er ist nicht nur unser Erlöser, er ist auch unser Erneuerer, er ist der Veränderer und er tut das durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Vielleicht hast du diese Aussage schon mal gehört, Gott liebt dich, so wie du bist, aber er liebt dich zu viel, um dich so zu lassen. Er verändert dich zu seinem Ebenbild. Er macht dich mehr und mehr ihm ähnlich und daran zeigt sich dann in deinem ganzen Leben, wie der Katechismus sagt, dass wir gegen Gott dankbar sind. Machst du dann nichts selbst? Die guten Werke? Machst du gar nichts selbst? Doch, er setzt dich schon ein. Du bist informiert, sozusagen. Aber es ist sein Werk durch dich. Man kann das mit einem kleinen Kind vergleichen, das auch ein bisschen Auto fahren darf. Wir wohnten früher im Zentrum der Stadt Venlo, im Süden der Niederlande an der deutschen Grenze und wir wohnten dort in der Stadtmitte und da gab es keine Parkplätze vor dem Haus oder in der Nähe unseres Hauses. Unser Auto stand immer in einem Parkhaus um die Ecke. Und wenn wir irgendwo gewesen waren, wir waren mit sechs Kindern war unsere Familie, also acht Personen, dann wurde immer vor der Haustür die ganze Mannschaft ausgeladen und dann hat mein Vater das Auto in die Garage gefahren. Und oft habe ich gefragt, kann ich mitkommen, darf ich fahren? Ja, als ich so fünf, sechs, sieben war. Und dann kletterte ich auf seinen Schoß, setzte mich hinter das Lenkrad und fuhr das Auto in die Garage. Wunderbar, das große Lenkrad mit beiden Händen drehen und so habe ich dann jedes Mal das Auto in die Garage gefahren. Dachte ich. Dabei hat natürlich mein Vater alles gemacht, aber so, dass es aussah, als ob ich es selbst machen würde. So ähnlich wirkt auch Jesus durch seinen Geist. Er wirkt in dir, er verändert dich, aber gleichzeitig tust du es auch selbst. Wolltest du was sagen? Genau, kommt später noch. Zuerst jetzt Philippe 2, 2, 13. Ein Text, der das auch ganz klar bezeugt, ist, Philipper 2, 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Verbringen wirkt, nach seinem Wolken fallen. Da geht es um die Rettung, aber auch um die Heiligung, um das Leben aus Dankbarkeit. Christus selbst erneuert uns und wie erneuert er uns, wie verändert er uns zu seinem Ebenbild, wir werden mehr und mehr wie Jesus und so zeigst du, dass du Gott dankbar bist. Wie das konkret ausschaut, wie du konkret verändert wirst, wird in dem ganzen dritten Teil des Katechismus erklärt. Und das sind die Hauptteile immer Gebet und Gebot. Oder besser hier, also zuerst Gebot und dann Gebet. Nachher werden zuerst die zehn Gebote erklärt und dann das Vaterunser, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Aber jetzt schon kannst du sagen, es geht hier um Jesus. Wer er ist, wie er gelebt hat, dann wirst du immer mehr wie ihm. Denk da auch an Psalm 1, wir haben es gesungen, es geht also um einen Menschen, der sich an Gottes Weisung hält, hat die Bereimung gesagt, der sich in Gottes Wort versenkt, es lieb gewinnt und Tag und Nacht bedenkt, es ist eine schöne Beschreibung eines gottesfürchtigen Menschen, eines gottenfürchtigen Mannes, aber wer ist dieser Mensch? In erster Linie ist das Christus. Es geht im ganzen Psalmenbuch auch um Christus. Dieser Mensch, Psalm 1, der ist Christus. Und so verändert er dich. Niemand von uns kann sagen, ich bin so wie der Mann vom Psalm 1. Aber der Geist verändert dich mehr und mehr in diesem Bild. Oder denke auch an die Seligpreisungen aus Matthäus 5, wir haben es gelesen. Es ist eine Charakterbeschreibung von Jesus und seinen Jüngern. Geist geistlich arm, geistlich arm, sanftmütig, warmherzig, reines Herzens, friedfertig, verfolgt um der Gerechtigkeit willen. Das hat ja mit Jesus zu tun. Das schmeckt, das kostet nach Jesus. Jesus Christus strahlt dahin durch. Und dann auch weiter, du bist das Salz der Erde. Dein Leben wird nach Jesus schmecken. Du bist das Licht der Welt. Dein Leben wird Jesus ausstrahlen und widerspiegeln. Christus selbst erneuert dich zu seinem Ebenbild. Und trotzdem ist die Frage dann, lässt du dich auch von ihm verändern? Lässt du das auch zu? Lässt du das passieren? Lässt du ihn dich verändern? Lässt du zu, dass sein Licht durch dich scheint? Ich lasse die Geschichte einer Frau, die vor über einem Jahrhundert in Irland lebte. Sie war ziemlich wohlhabend, aber auch sehr sparsam. Daher waren die meisten Menschen überrascht, als sie sich aus einer der ersten entschloss, in ihrem Haus Strom installieren zu lassen. Einige Wochen später, einige Wochen nach der Installation stand jemand vor der Tür, um den Zähler zu überprüfen. Er schaut sich das an und scharf verwundert die Frau an. Er fragte, funktioniert der Strom überhaupt richtig? Und die Frau sagte, ja, sicher, das ist schon der Fall. Aber sagte er, vielleicht möchten Sie mir noch etwas erklären. Auf dem Zähler sehe ich, dass fast nichts verbraucht wurde. Machen Sie überhaupt etwas mit dem Strom? Auf jeden Fall sagte sie, jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, schaute ich das Licht ein, gerade lange genug, um meine Kerzen anzuzünden und dann schaute ich das Licht wieder aus. Sie ist an die Quelle angeschlossen, aber nicht verändert. Aber sie verbraucht die Energie nicht. Ihr Haus ist an das Netz angeschlossen, aber nicht verändert. Sie sitzt immer noch jeden Abend beim Kerzen nicht. Könnte es sein, dass das auch auf uns zutrifft. Dass wir zu Gott wollen, die Verbindung mit dem Heiligen Geist, die Gemeinschaft, aber wir wollen nicht die Kraft des Geistes in unserem Leben. Wir wollen zwar den Heiligen Geist, aber er darf nicht zu viel in unserem Leben verändern. Jesus Christus selbst verändert dich, das solltest du also nicht zurückhalten. Und wenn wir nicht bereit sind zu verändern, müssen wir uns wirklich fragen, ob wir überhaupt Gottes Kinder sind. Denn Frag und Antwort 87 ist gleichzeitig eine klare Warnung. Können denn auch die selig werden, die sich von ihrem undankbaren, unbusfertigen Leben nicht zu Gott bekehren? Keines keineswegs mehr denn. Denn die Schrift sagt, kein unzüchtiger Kützendiener, Ehebrecher, Dieb, Keiziger, Trunkenboot, Lästerer, Räuber und dergleichen wird das Reich Gottes erben. Wer in seinen Sünden weiterleben will, hat keinen Platz im Reich Gottes. Lassen wir also Christus in uns wirken und dämpfen wir den Geist Gottes nicht. Zurück zu Frage 86, die Antwort vor allem, Christus erneuert uns und verändert uns zu seinem Ebenbild und dann werden noch einige Dinge darüber gesagt, nur so sind unsere Kuttenwerke zur Verherrlichung Gottes. Die guten Werke, die nicht wir tun sollen, sondern die Jesus in uns tut, die dienen der Ehre Gottes. Matthäus 5, 16, noch einmal so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euch preisen. Nein, das steht nicht da, dass sie euren Vater im Himmel preisen. Wenn du etwas getan hast, bekommst du Anerkennung dafür. Und wir sind daran gewöhnt in unserer Zeit, dass das instant passiert, wenn du etwas Gutes machst, du stellst es in die soziale Medien rein, dann kriegst du sofort die Daumen hoch oder was auch immer, du wirst sofort gelobt. Aber wenn Gott etwas getan hat, soll er dafür die Anerkennung bekommen. Wenn wir uns selbst ändern und das versuchen wir oft, wollen wir auch die Anerkennung dafür bekommen. Und das kommt auch immer wieder unter Christen vor, auch in meinem Herzen. Wir setzen uns ein, etwas Gutes zu tun und wir versuchen zum Beispiel etwas Gutes für unsere Nächste zu tun, aber dann wollen wir schon ausgiebig bedankt werden, oder? Weil es sich auch so gut anfühlt, wenn man etwas Gutes getan hat. Aber wenn jemand nicht dankbar ist, dann sagen wir nächstes Mal, diese undankbare Person werde ich nicht mehr helfen. Aber wenn es nun etwas ist, das Jesus durch dich getan hat, dann dürfen wir Gott dafür loben und die Menschen dürfen Gott dafür loben oder nicht, aber trotzdem wollen wir weiterhin gut tun und dann bekommt Gott die Anerkennung dafür und ich denke, es ist gut zu lernen, auch auf diese Weise darüber zu sprechen, zum Beispiel auch wenn es darum geht, was wir in der Gemeinde machen, wenn jemand geputzt hat, danken wir natürlich dieser Person, aber vielleicht wäre es noch besser zu sagen, ich preise Gott, dass er dich benutzt hat, hier zu putzen, wenn jemand Musik macht, können wir ihm oder ihr Komplimente geben, aber noch besser ist zu sagen, ich lobe Gott, dass er dir dieses Talent gegeben hat und dass du es benutzt. Und wenn jemand die Gabe hat, andere zu ermutigen, dann können aber noch besser wäre es zu sagen, ich danke Gott für die Gabe, dass er mich durch dich ermutigt. Denn von wem kommt das Talent, von wem kommt die Gabe? Von Gott natürlich. Und wer bringt Menschen dazu, ihre Gaben einzusetzen? Der Heilige Geist. Also nur wenn wir uns tatsächlich von Christus erneuern lassen, sind unsere guten Werke wirklich zur Ehre Gottes. Sonst wollen wir immer doch wieder ein bisschen selbst ein Lob dafür haben. Und das Nächste, was dann der Katechismus sagt, wenn wirklich Christus uns verändert, dann werden wir auch selbst in unserem Glauben gestärkt. Der Katechismus sagt dann danach auch, dass wir bei uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden. Es kann leicht missverstanden werden. Wenn Jesus dich in sein Bild verwandelt und gute Werke in dir hervorbringt, dann bist du deines Glaubens sicher, aber diese guten Werke sind dann nicht das Fundament deines Glaubens. Der einzige Fels ist und bleibt Jesus Christus selbst. Aber diese guten Werke sind die Frucht deines Glaubens. Jesus selbst hat ja gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Das Schwierige natürlich für uns ist, dass wir, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, nicht nur plötzlich nur gute Dinge tun. Wir fallen immer wieder in Sünde. Man will nicht mehr sündigen, aber es passiert trotzdem. Und das kann einen manchmal mutlos machen. Und wenn man wieder in Sünde fällt, dann ist das keine Stärkung des Glaubens. Das kann dich wirklich anfächten. Jetzt habe ich so viel Liebe von Gott erhalten und jetzt bin ich wieder so zornig gewesen. Wie kann das sein? Ja, das ist ein alter Mensch, der noch weiter absterben muss. Sonntag 33 nächstes Mal im Katechismus. Aber hoffentlich kannst du dann auch gleichzeitig sehen, dahindurch, wie das neue Leben von Gott wächst. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, seitdem du Christus kennst, bist du nicht geduldiger geworden? Bist du nicht barmherziger geworden? Hast du nicht mehr Selbstbeherrschung entwickelt? Ja, oft genug nicht, aber gibt es nicht auch die Momente, in denen das der Fall war? Wer war das dann? Wer hat das gemacht? War das deine eigene Anstrengung? Ja, du hast vielleicht dein Bestes versucht, aber wenn du ehrlich bist, sagst du, das war Christus, der mich durch seinen Geist erneuert. er ist in mir am Werk und ich sehe die Frucht davon und ich gebe ihm die Ehre dafür und dafür, dass das jetzt in meinem Leben sichtbar wird, dadurch wird auch mein Glaube an ihn stärker. Es ist eine Stärkung meines Glaubens, die guten Werke, die Gott wirkt, zu sehen. Und der letzte Punkt dann hier ist, wenn wirklich Christus uns verändert zu seinem Eben Bild, nur so leuchtet das Licht Christi vor den Menschen. Der letzte Teil dieser Antwort ist wunderschön. Und mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Das ist ein Stück missionalisches Christsein im Heidelberger Katechismus. Die guten Werke, die Gott in uns tut, zur Ehre Gottes, die weisen die Menschen auf Jesus hin. Noch einmal Matthäus 5, 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So soll euer Licht leuchten. Das ist das Licht Jesu. Wir haben es nicht selbst, aber wir können sein Licht widerspiegeln. Er ist die Sonne. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Wir sind der Mond und die Planeten, die das Sonnenlicht reflektieren. Das Wichtigste ist auch so, dass wir auf die Sonne ausgerichtet bleiben. Nur wenn wir selbst in seinem Licht bleiben, werden wir auch Licht nicht kennen, das tun, kann das eine enorme Wirkung haben. Wenn du hier sitzt und nicht glaubst, ja, dann denkst du vielleicht, warum redet der Mann so viel und so lange, dann hast du keine Lust, Worte von Jesus zu hören. Aber dann würdest du dich schon freuen über Taten wie Jesus, oder? Wahrscheinlich wirst du dann sehen, wie der Glaube funktioniert, bevor du bereit bist, etwas über den Glauben zu hören. Es ist hier auch gut noch auf das, was im Westmünster Bekenntnis über die guten Werke steht, heranzuziehen. Das Westmünster Bekenntnis ist auch ein Glaubens Bekenntnis unserer Kirche und da gibt es in dem Bekenntnis ein eigenes Kapitel über die guten Werke. Artikel 16 2 da geht es um die Bedeutung der guten Werke der Christen und er sagt das Bekenntnis diese guten Werke die im Kohorsam gegen Gottes Gebote getan werden sind die Früchte und Beweise eines wahren und lebendigen Glaubens. Durch sie zeigen die Gläubigen ihre Dankbarkeit, stärken ihre Gewissheit, erbauen ihre Geschwister, schmücken das Bekenntnis des Evangeliums, stopfen den Mund der Gegner und verherrlichen Gott, dessen Werk sie sind, wozu sie in Christus Jesus erschaffen wurden, damit sie, indem sie ihre Frucht in Heiligkeit bringen, am Ende schließlich das ewige Leben haben. So, da sehen wir viele Ähnlichkeiten mit dem, was der Katechismus, der Heidelberger Katechismus sagt. Das Gewissen wird gestärkt, die guten Werke erbauen die Geschwister, sie stopfen den Mund der Gegner, sie verherrlichen Gott und dann kommt, was ich in dieser Predigt versuche klarzumachen, dessen Werk sie sind. Es ist Gottes Werk in uns, wozu wir in Christus Jesus geschaffen wurden. Epheser 2, 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich möchte schließen damit, dass die guten Werke wirklich wichtig sind, als Zeugnis in einer verdorbenen, Welt. Dass wir zeigen, wie Christus uns befreit und verändert hat, ist das beste Zeugnis. Ich las davon auch eine interessante Geschichte. Eine Missionarin war in Tokio tätig und arbeitete dort in dem Viertel der Roten Lampen und der Prostituierten. Eines Tages besuchte die Missionarin ein an tuberkulose erkranktes Mädchen in der TBC Station eines Krankenhauses. Als sie das Zimmer betritt, trifft sie auf eine ganze Reihe von Patientinnen. Eine fällt ihr besonders auf, denn sie hat neben ihrem Bett sehr nachdrücklich eine Buddha-Statue platziert. Anscheinend will sie damit demonstrativ sagen, im Namen Buddhas liege ich hier, mein Geschick liegt in Buddhas Hand. Die Missionarin spricht mit allen Kranken, am Ende schenkt sie jeder ein Johannesevangelium. Einige Tage später erfährt sie zu ihrem Erstaunen, die junge Buddhistin liest jeden Tag eifrig das Johannesevangelium. Was mag sie dazu gebracht haben? Etwas ganz Eigenartiges kommt heraus. Man hatte der Missionarin dort in diesem Krankenzimmer einen Pfirsich angeboten. Und dahinter steckte vielleicht die Überzeugung, die Überlegung, was wird diese Christin, diese weise Frau jetzt tun? Sie wird sicher nicht eine Infektion riskieren. Wie wird sich da höflich aus der Affäre ziehen? Doch die Missionarin hat mit einem freundlichen Danke schön den Pfirsich angenommen und vor den Augen aller Patienten gelassen verzehrt. Und das war für die junge Buddhistin der entscheidende Anstoß. Wenn die das wagt, dann muss sie einen kennen, der stärker ist aus der Tod und die Furcht vor dem Tod. Denn den muss ich kennenlernen. Und so griff sie nach dem Johannes Evangelium und las die Botschaft dessen, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also, da beginnt ein überzeugter Nicht-Christ in der Bibel zu lesen, nicht weil gepredigt wurde, sondern weil ein Christ fröhlich und furchtlos einen Pfirsich gegessen hat. Ich habe manchen von euch diese Woche einen furchtlosen Tag im Herrn gewünscht. Möge Gott uns helfen, so furchtlos seine Zeugen zu sein. Fazit kurzum, wir sollen keine guten Werke tun, denn Christus selbst verändert uns, er macht es in uns und durch uns zu Gottes Ehre. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wir preisen dich, du bist das Licht der Welt und wer dir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln. Herr, wir danken dir, dass du auch das Licht in unserem Leben gebracht hast. Und wir beten, dass bei jedem, der noch in der Dunkelheit lebt hier, dass du das Licht auch bringst, dass du ihnen das Licht zeigst und dass du sie aus der Finsternis heraus in das Reich deines Geliebten in das Reich von dir bringst. Herr Jesus, wir beten auch, wenn wir dich kennen dürfen, durch Gnade allein, verändere uns mehr und mehr nach deinem Ebenbild. Hilf uns, dir ähnlicher zu werden, mache du es selbst in uns durch deinen Geist zu Gottes Ehre und gib das Menschen Essayen. Herr hilf uns, Zeugen von dir zu sein. Nicht auf die Weise der Welt, nicht indem wir immer den Mund voran haben, sondern indem wir einfach dich wirken lassen und uns von deinem Geist führen lassen. Hilf uns da in jeder Situation, wo wir auch sind. Ob wir mit vielen Menschen zusammen Vorlesungen haben oder eher mit wenigen in einem Haus, in einer Wohnung leben, zeige du uns, wie du uns benutzen wirst, um gute Werke zu tun, damit die Leute dich preisen. Wirke so in uns und durch uns und bringe dein Reich herbei. Bis auch bis zu dem Moment, wo die Vollendung gekommen ist und jede Zunge wird bekennen von denen, die auf der Erde und unten der Erde sind. Jesus Christus ist Herr zur Ehre Gottes des Vaters.